Lieber Winter, das Golfspielen ist mein Leben, aber das heißt auch, dass ich das ganze Jahr über unterwegs bin. Ich spiele Turniere auf der ganzen Welt und habe schon viel sehen dürfen. Aber das Schönste ist, im Winter heimzukommen, Skifahren gehen und auf die Hütte reinkehren. Bis bald im Salzburger Land. Untertitelung des ZDF, 2020